Hallo ihr Lieben, hier zur dritten Folge von Microsoft Flight Simulator. Ja, heute ein bisschen anders. Ich habe diesmal einen Co-Pilot, der auch nicht zu sehen ist. Wen habe ich denn hier? Ich bin das Apo, ich bin unsichtbar. Ja, du bist unsichtbar, bist aber auch dabei. Aber ausnahmsicht, kannst du mich zeigen? Ja, warte, mache ich gleich mal. Entschuldigung, du bist heute eine Frau. Hallo, muss ich jetzt meine Stimme runter machen? Nein, bloß nicht. Nein, ihr Lieben, tatsächlich ist der Apo heute mit dabei. Sitzt virtuell mit dem Cockpit und begleitet uns auf unserem Flug heute von München nach Innsbruck. Genau. Wir wollten das einfach mal ausprobieren, weil in Innsbruck sind sehr viele Berge. Da wollen wir das mal angucken. Ui, was ist denn das? Guck dir das an, cool. Oh, da hat einer auch leicht... Oh, guck mal da, krass. Da hat einer aber auch leichte Landesschwierigkeiten, oder? Na? Gut, kein Problem, habe ich auch. Vollstes Verständnis. Oh je. Boah. Ja, in München ist schon was los, ne? So, cool. Ja, ihr Lieben, ich hatte euch ja auch erzählt, dass ich in der dritten Folge mal ein anderes Flugzeug nehme. Wie ihr seht, haben wir auch gemacht. Zwei mehr würden hier reinkassen. Und wir fliegen heute mit dem Diamant Aircraft. Genau. Hier ist was los. Ja, das könnte ich mir die ganze Zeit angucken. Guck mal, der landet auch nicht richtig. Hüpf, hüpf. Okay. Aber cool. Oh. Ja, hier ist wirklich was los. So, gut. Ich würde mal sagen, wir starten auch, oder? Genau, sonst wird es hier zu... Ja, hier wird es zu voll. Zu laut auch. Ja. Ganzes Motoren. Oh, ich finde das aber trotzdem cool, ne? Da sitzen jetzt wirklich Menschen vor ihrem PC und fliegen hier durch die Weltgeschichte. Richtig cool. So, Parkingbremse haben wir gelöst. Ja, ihr Lieben. So, ich denke mal, das Wichtigste ist eingestellt. Mein Co-Pilot übernimmt den ganzen Funk und so immer noch. Und hier haben wir auch die Anzeige, wie weit wir fliegen müssen. Laut die Schemeien, so knapp 69. Und die Route ist aber hinter uns. Nein, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, jetzt. Da seht ihr das. Fängt ja schon gut an. Verstelle ich mir erst mal alles. Okay, so. Sind wir ready? Los geht's. Sind wir angeschnallt? Ja. Okay, los geht's. So, cool. Dann müssen wir da ein bisschen wenden vorne. Und wir fliegen wieder. Also, ich fliege und so, ne? Genau. Ja. So. Bei 70 Knoten hinten dann ungefähr. Hast du da davon abhebt? Na, na, ist cool, ne? Ah, ich hab gar nicht die Anzeigen von den anderen Leuten dran. Wir heben auch ab. Genial. Wiedersehen, München. Tschüss, München. Tschüss. So. Ja, meinst du, wir können schon eindrehen? Ja, oder? Ja, einfach rüberziehen. Man soll ja immer so über der Startbahn starten. Da weiß ich gar nicht, ob das so, ähm, erlaubt es, so nah am Flughafen so eine Kurve zu ziehen. Ich denke mal, ja, nie wegen den Einflugschneisen. Dann wird bestimmt erst mal ein Stück rausfliegen müssen. Denke ich auch, ne? Oh, ist das cool. Echt Zeitwetter ist an, ne? Genau, wir haben Livewetter an, aber wir haben es jetzt gerade abends. Wäre jetzt dunkel gewesen. Und da haben wir es ein bisschen schneller gestellt. Guck mal, Flugzeug. Du bist mir schon schneller gestellt. Oh ja, das meine ich. Guck mal, da landet auch ein Nenner, das ist ja geil. Ja, ich habe gehofft, dass es niemandem auffällt. Mir ist das auch gefallen. Ja, das kannst du dir da dann nicht lassen, ne? Oh je, okay, egal. Ach, das macht ja nichts. Nee, wir fliegen weiter. Hier oben in der Luft hat es keiner gehört. Ich finde, wir sitzen ein bisschen tief, oder? Irgendwann mal so ein bisschen. Ähm, nee. Wir versuchen auch nicht ganz so hoch zu fliegen. Damit man was sieht, ne? Ja, aber guck mal da vorne, da siehst du doch schon Berge, oder? Ganz doch hin, ne? Äh, da vorne. Cool. Der Abo wird jetzt öfter mal mit dabei sein. Ich bin mal gespannt. Jetzt war ja der Patch mit der Performance draußen. Nächstes Mal wollen sie ja ein bisschen was an der Flugzeugeigenschaften machen. Ja, das ist cool. Ich freue mich ja auch so, wenn die Helis kommen würden. Aber ich glaube, so ein Entwickler hatte schon gesagt, dass sowas dann schon bis zum Jahr dauert, ne? Genau, die wollen doch selber Flugstunden nehmen, haben sie gesagt. Ja, na toll. Können sie nicht sich Helikopterpiloten direkt nehmen und... Meine Güte. Ich denke mal, über Helis fallen sich viele, oder? Wird interessant, ne? Ist mal was anderes. Also das Flugzeug ist schon gut, aber mit Heli. Ja, das ist echt cool. Da kannst du bestimmt auch viel besser tief fliegen mit und so. Ja gut, wir sind noch nicht ganz auf Kurs, aber das wird. Ist in Ordnung so, denke ich mal. So. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt werden wir die ganze Zeit angeredet. Okay, ja gut. Freigabe für Luftraum und so. Ist in Ordnung. So, wir schauen mal kurz von außen. Ja, die Kabel ist einfach top. Ja, super, ne? Wenn man sich mal überlegt, dass das die ganze Welt ist, richtig klasse. So, ihr Lieben, die ganzen anderen deutschen Städte, die werden wir uns natürlich auch mal noch mal genauer angucken, wie München und so. Aber wenn man natürlich jetzt hier so eine ganze Strecke schon fliegt, das würde das Video denn sehr in die Länge ziehen, ne? Genau. Guck doch mal, wie das aussieht. Das ist erst der Anfang, das wird ja in zehn Jahren mindestens so durchnutzen, haben sie gesagt. Und die Karten und so, die werden auch regelmäßig geupdatet, oder? Genau, das haben die auch gesagt. Immer wenn die ein Update haben, soll das rauskommen auch direkt. Und das soll ziemlich oft sein. Ich weiß bis gerade nicht mehr, wie genau. Wie gesagt, hatten alle eine oder alle zwei Monate. Siehst du das da hinten rechts? Da fliegt auch einer. Was, hier unten auch eine Straße. Ja, richtig cool. Oh, das müssten sie machen, dass man da langfahren kann, ne? Viele hatten schon gesagt, dass das teilweise besser aussieht, als in der richtigen Welt. Stimmt ja auch einige schon, oder? Na. Ey, da hinten kommen echt Berge, ich bin so gespannt. Ich bin gespannt, ob er da rüberkommt. Ja, da sollen ja auch andere Flugbedingungen herrschen und so, ne? Und noch der verpackte Wind, den sie nächstes Mal fixen wollen. Da müssen wir aufpassen. Okay. Das ist auch ein schönes Flugzeug. Das gefällt mir. Ihr wisst ja, ihr Lieben, ich liebe ja die Icon, aber das ist auch gut. Das ist ein gutes Flugzeug. Wir müssen da unbedingt gucken, wenn wir in der Nähe der Berge sind. Ob es da auch eine Schneise geht, wo es nie so hoch ist. Ja, stimmt, da musst du ja auch beachten, wenn man landet, ne? Da ist ja generell alles höher. Da kannst du ja dann nicht auf 500 Fuß oder so fliegen, ne? Jetzt sind wir gerade bei 4.500, aber schon, so wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, die Sichtweite, wie die das hingekriegt haben, ist echt macabre. Ja. Richtig schön. Was da so für Potenzial hat, ne? Ja. Was man dann später dann ganze Städte überzuberechnen kann in anderen Spielen, müsste ja dann genauso funktionieren, wenn man dann bloß die Gebäude mit hochwertigeren Messersets, so gesagt, 3D-Objekten. Ich finde das auch erstaunlich, was das eigentlich für eine Community hat, weil man könnte ja jetzt sagen, Mensch, das ist ja bloß, ihr fliegt ja bloß und da noch Echtzeit, das ist ja langweilig oder sowas, ne? Aber ich finde, das ist gar nicht langweilig. Ich finde das echt faszinierend. Ich habe sogar gelesen, im vorigen Monat, also August, sind mehr, also dreifach so viele Flügel mit Microsoft Flight Simulator, wie mit echten Flugzeugen geflogen worden. Echt jetzt? Ja, kann ich mir vorstellen. Guck mal, da unten ist auch einer. Siehst du das? Vor uns direkt unten? Im Tiefflug? Der ist so winzig. Wie siehst du das? Ja, wir haben das jetzt ausgeschalten, die Anzeigen. Ich versuch mal, damit ich meine Nase runterziehe. Da, guck, wo mein Fliegel ist. Wie siehst du sowas? Ich sehe das blinken. Das ist ein Fernglas am Oger. Nee, ich habe das mal ausgeschalten, dass wir ein bisschen mehr, ich sag mal, so realistisch sehen. Das stimmt ja natürlich erstmal wieder. Aber auch schön, dass die so weit dargestellt werden, ne? Ja, das ist toll. Ich habe aber auch volle Schwarte an, also... Das ist München rechts, oder? Ja. Ja, gut, sowas habe ich angelassen, dass man genau weiß, wo welche Stadt und so ist. Das wird ganz gut angezeigt. Ja, und hier. Ja? Ja. Ich wollte gerade sagen, das wäre wirklich cool, wenn die später das noch erweitern, dass man wirklich alles sich anzeigt, dass man gerne jeden Plus und wie er hießt. Ja, das ist schön, ne? Das hätte ich auch gern. Da lernt man ja automatisch auch noch zu, was man jetzt nicht so weiß, ne? Na, oder dass man dann nicht bei Google Maps, das war jetzt nicht Google, sondern Bing genutzt, aber dass man auch hier Bilder da hochladen kann, wer dort wohnt, und dass man sich da nochmal ein Bild angucken kann von irgendwas. Das ist bestimmt möglich, wer weiß, was da alles kommt, oder? Wobei für eine Flugsimulation natürlich nicht unbedingt nötig, aber interessant wäre es trotzdem. Dann sind Berge. Ja, da bin ich echt gespannt. Es sieht ja aus, dass wir höher wären. Ja, jetzt sind wir gerade 3,8, ungefähr 3,800. Es ist vielleicht besser, dass wir von München nach Innsbruck fliegen, statt andersrum, weil dort ja die Höhe zu gewinnen. Das ist dann vielleicht gar nicht so einfach gewesen. Das ist bestimmt richtig schwer. Ja, es sollen ja auch Turbulenzen in Bergen teilweise sein, ne? Das soll die normalen Wände geben, und es soll ja auch die Abwände von den Bergen geben. Aber wir haben uns mal sehen. Dann noch bei Nebel und so, also Hut ab, was so richtige Piloten alles leisten eigentlich. Oh, Beantwortung, ne? Und hast du wie so ein Autobahnkreuz, oder so? Also echt, da war so ein Tiefflug über München, gerade diese riesen Megastädte hier. Oder Frankfurt, das müssen wir unbedingt auch mal machen. Aber auch so kleinere Städte lohnen sich. Das Flugzeug hier hat ja sogar einen Autopilot, ne? Ja, cool. So, jetzt sind wir wieder ein bisschen vom Kurs abgekommen. Wo die ganzen Bäume da unten und so, das ist schon... Was ich auch gerne hätte, wäre, dass man hier so die ganzen Displays, die man so im Flugzeug hat, dass man die zum Beispiel auf dem Tablet wiedergeben kann. Ich glaube, dieser normale Microsoft Flight Simulator X, der hatte sowas. Also durch Mods oder Android und so, ne? Na. Aber für hier hätte ich auch sowas gerne. Also wenn ihr da mal was wisst, ob es sowas gibt, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Du möchtest sowas wie bei EuroTRAGO gibt, da? Genau, sowas, das ist echt cool. Es gibt ja auch direkt für solche Flight Simulatoren so eine Bildschirme, ne? So eine LED-Dinge. Wie man gucken kann, ne? Ja. Wie man das soll anzeigen, die engine-Menüs. Aber es sind halt teuer, ne? Ja, da bezahlst du denn immer pro Display, ne? Nein, ich glaube, was ich gesehen hat, 600 bis 600 Euro, oder was das glaube ich waren, ist ganz schön teuer gewesen. Aber es muss ja auch funktionieren. Das wird ja extra hergestellt. Die Community ist ja dann schon groß, aber jetzt auch nicht so groß, dass sich das sonst lohnen würde, weißt du? Ja. 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 Das ist so ein ganzes Cockpit bauen, das ist bestimmt auch interessant, aber da muss man irgendwie eine Kombi machen aus Flugsimulator plus Paar-Simulator gleich. Ja, das würde sich lohnen und der mit drei Bildschirmen und so, ne? Oder VR-Brille. Oh, VR? Das ist hier jetzt noch nicht aktuell, nee, das soll aber kommen, oder? Das soll schon im Herbst kommen, ne? Das ist ja nicht mehr lange. Oh, das ist bestimmt cool, ne? Da darfst du keine Höhenangst haben. Also wir haben ja auch eine VR-Brille, aber ich finde, da ist dieses Anti-Aliasing immer so ziemlich stark, ne? Wir haben noch eine ältere Brille. Ja, das flinke, da ist auch noch eins der Ersten mit. Ja, genau. Aber wenn man nicht drauf achtet, ist es jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Aber es sieht halt jeder anders aus, jeder nimmt es anders vor, ne? Aber hier wird man ja so erstmal nur das Microsoft-Modell nutzen können, so wie es klingt, was zusammen mit Steam, also Valve, entwickelt worden ist. Okay. Das soll als erstes unterstützt werden und danach sollen die anderen folgen. Wobei jetzt die Sache ist, da ja die Oculus-Reihe, also Oculus Rift, und Oculus Quest, wie sie alle heißen, da jetzt ja Facebook vorausgesetzt wird. Die Frage ist, ob das dann damit gehen wird. Kommt natürlich auch drauf an, wie der Preis, wenn eine Microsoft-Brille ist, wenn der natürlich dann nicht so teuer ist, und gute Qualität hat. Die schlagen ja auch ganz schön rein, ne? Also jetzt gibt es ja schon mehr auf dem Markt, die sehr guten sind natürlich schon um die 1.000 Euro rum. Okulus, also von Facebook, die finde ich an sich nicht so schlecht, weil preiswerter und an sich auch nicht so schlecht die Technik. Und bei Steam kann man ja immer alles nutzen dann. Andersrum dann aber nicht. Aber so, die Frage ist, welche Grafikkarte soll ich schaffen, die neuen Grafikkarten dann vielleicht. Aber du brauchst halt nicht durchgehend die 6 Bilder dann. Ja, das kommt auch noch dazu, ne? Da musst du schon so eine Hochleistungsmaschine haben. Ja, deine ist ja auch nicht so schlecht. Auf der du das gerade spielst, die ist zwar ziemlich gut. Aber VR-Pro ist halt immer das Doppelte, ne? Für jedes Oge so gesagt. So, jetzt sind wir noch knapp 39 nautische Meilen entfernt. Das wird... Ist auch ziemlich ruhig, ne? Also es scheint Rindstück zu sein. Da haben wir noch gar nicht drauf geachtet jetzt. So ein bisschen wackelt es aber. Ist cool, oder? Ist richtig cool. Ich weiß nicht, ob man das letztendlich auch nach den ganzen Rändern von YouTube im Video sieht, aber das ist hier wirklich sehr smooth. Und manchmal hat man das ja dann... Selbst in so einem... Sag ich mal, bei Eurotruck hat man das manchmal so, dass das dann so zuckelt, so leicht, ne? Aber hier ist das echt extrem smooth, finde ich. Oh, was man hier sagen muss... An Dializing, ne? Also Kanten-Effekt und so hast du hier in den Spürhaus gar nicht. Ne, das stimmt, das finde ich gut. Aber kann man hier direkt noch einstellen, ne? So, was haben wir da drüben? Warte mal. Ich muss mal so gucken. Segelflugplatz Königsdorf. Cool. Hallo, Königsdorf. Wir grüßen euch. Da wird es ja bestimmt drauf geben, was du hessest, oder? Wenn nicht, haben wir halt den Flugplatz gegrüßt. Ob auch Segelflieger irgendwann hinzugefügt werden? Ach, das haben die doch gesagt, oder? Ja, das wäre cool, ne? Ich glaube, ein Helikopter und dann hat mir was von Segelfliegern gesagt. Das ist dein Kim, oder? Du hast da hochgezogen und dann geht's bergab. Na toll. Kannst du damit ewig fliegen? Also, die nutzen ja, also die Segelflieger nutzen ja Aufwände und so. Aber da habe ich keine Ahnung davon, mir war es so, als sie sich nur noch teilen können. Wie so ein Vogel, wisst ihr? So ein Hauptbetrieb, ne? Aber das kann ich nicht sagen, genau. Und hier wäre es jetzt einfach schön, ihr seht ja hier die kleinen Dörfchen und Städtchen. Wenn da jetzt einfach auch so eine Markierung wäre und da stehen würde, das ist jetzt das und das, ne? Na, na. Dann weiß man, wenn man nochmal hier lang fliegt, oh cool, das ist da und das und, oh, das wäre schön. So, da vorne kommen sie, ja? So, ich meine, wir sind hier ein bisschen tief, oder? Sieht kommen wieder, oder? Oh, ist das schön. Da hätten wir auch landen können. Müssen wir mal machen aus Quatsch. Irgendwann mal. Wie sieht das hier aus? Also, gerade steigen wir noch, ne? Wir sind jetzt 5500 Fuß ungefähr. Also, hohe Berge gibt es ja bei uns. Das ist die 3000. Das ist die höchste. Noch was. Zugspitze. Jetzt müssten wir eigentlich schon bekommen. Ja, das ist so krass. Ich muss mal von außen gucken. Ich bin nicht ganz so viel außen an. Ich bin geliehen, aber... Ab und an gehört es dazu. Ja, oh, ist das schön. Ich bin geliehen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja doch, oder? Eigentlich müsste man nur auf die Anzeigen vertrauen. Es gibt keinen Berg, der in Deutschland größer ist wie die H3000. Da müsste man ja ohne Probleme rüberkommen. Und die müssten ja auch realistisch nachgestellt sein, oder? Genau, mit dem Datenfall. Krass, ist das cool. Merkst du die Schwankungen hier? Das bringe ich nicht gerade. Echt Angst, dass wir jetzt hier die Geschwindigkeit verlieren. Als wir doch noch höher müssen, aber ich glaube, das müsste gehen. Eigentlich müssen wir geradeaus fliegen und nicht mehr versuchen Höhe zu gewinnen. Damit wird man nicht langsamer, denke ich mal. Ne, das sind wir jetzt so bei 99 ungefähr. Ja, das müsste ja, da müsste es mal reichen. Ich sag mal, ihr Lieben, wenn was schief geht, ist das ja auch nicht so schlimm. Aber man will ja doch versuchen, das immer sicher zu starten, zu latten und zu fliegen. Ist ja auch mal eine kleine Herausforderung, das macht ja dann Spaß. Aber mich wundert, dass wir unseren Flughafen nicht bekommen bis jetzt. Boah, Hilfe. Ich halte ganz still, ich mach gar nichts. Das ist ja krass. Ah, das sind dann schon richtige Turbulenzen jetzt, oder? Genau, denn ich so an den Bergen so nah bist. Jetzt sagen wir es nicht. Bis zur Acht. Oje. Oje? Na, wir haben keine Anzeige, wo wir genau landen sollen, außer die Mustereingabe gerade. Ist das gerade Wind, was so übelst klingt? Ja, ist krass, ne? Aber der hat ja gemeldet eigentlich, dass kein Wind ist. Ja, aber so dünnen hier oben, oder? Okay. Na toll. Klingt das nur bei mir so? Ne, das klingt hier auch so im Hintergrund, ne? Aber ich habe die Navigationshilfen runtergestellt und daher haben wir jetzt keine Anzeige. Dann anschalten? Wir sind ja keine Profis. Ich will aber ein Profi sein. Ja, dann musst du das immer probieren. Auf Sicht halt ran pushen. Ey, wie das die Piloten machen, das ist echt unglaublich, oder? Ja, die benutzen noch ihre Displays da, denke ich mal. Ja, na klar, aber da wird dir ja nicht direkt der Flughafen angezeigt hier drauf. Guck dir mal, du musst ja trotzdem gucken, wo es denn unten ist, oder? Das ist schön, ne? Aber warte mal. Der müsste unter uns sein, ne? Da unten dann. Oder mehr rechts? Oder mehr rechts? Man sollte doch hier die E-Taste drücken. Denn zentriert hat er da drauf. Also rechts mehr, die Landebahn. Aber du musst ja nach links anfliegen, oder? Ja, aber woher weiß man jetzt als Pilot, wo ist die Piste 8? Das müssen wir ja noch landen. Vielleicht haben die da Zettel, die die dann lesen, wo dann drauf steht, das und das ist zu beachten. Oder so eine Map, oder so, ne? Ne. So Fluginformationen vielleicht. Und die können ja auch nicht in der Außenansicht gucken, ne? Na? Falls das jemand weiß, kann er gerne mal in die Kommentare schreiben. Es wäre echt mal interessant, wo die Piloten die ganzen Flughafen, gerade wenn sie neu sind, erkennen, wo sie anfliegen müssen. Gucken wir mal kurz. Da unten ist eine Landebahn, oder? Das ist schwer zu erkennen. Das ist hinter der Stadt, so gesagt, ne? Na, rechts von der Stadt. Gut, dann probieren wir das mal einfach. Und ich möchte auch in der Ansicht landen, ne? Weil in echt kannst du auch nicht in der Außenansicht gucken. Aber die Mustereingabe, die haut da nicht so richtig hin, ne? Das sieht da nicht aus, als ob da eine Landebahn ist, oder? Man sieht es halt schwer. Oh, cool. Okay, dann probieren wir das jetzt einfach. Ja, da ist schon eine Landebahn, ne? Aber ob das Piste 8 ist, ist die Frage. So, wir sind aber noch viel zu hoch. Da rechts also, ah. Mhm. Aber ob das die 8 ist, ist die Frage, ne? Ja? Boah, wird mal sehen. Ja, wir sind viel zu hoch. Ja. Ja. Aber wir kommen ja auch von den Bergen hochspielen, also fliegt ja bestimmt kein normales Flugzeug. Ja. Da müssen wir nochmal eine Ehrenrunde, glaube ich, drehen. Wir können gleich gucken, was da achten ist, wenn du rüberflügst. Ja. Hm, das zeigt es uns aber da so an. Aber die Mustereingabe, die jetzt hier links ist, die stimmt ja dann gar nicht, oder? Nee. Das haut der überhaupt nicht hin. Oder vielleicht bedeutet Mustereingabe und Anflugs fliegt das dazu. Ja, das kann auch sein, ne? Das stimmt. Oder? Dass er da Wegpunkte vorsetzt, wo du die Kurve fliegst. Hat der nur die eine Landebahn? Ja, sieht so aus, ne? Ja, noch eine, ne? Das kann sein, dass er dich zu der Mustereingabe führt, ne? Rechtsrum, und dass du von der Seite gegenüberliegend landest, oder? Genau, das kann sein. Sonst hättest du ja jetzt diese roten Kestel angezeigt, ne? Aber jetzt ist die Frage, wo darf ich denn jetzt landen? Darf ich jetzt hier links landen, oder da vorne, ne? Das ist auch sowas, was ich mich frage. Der hat ja auf der Seite die Absetzdinger, ne? Vielleicht kann man je nachdem, wie es frei ist, landen, von wo man kommt. Aber da unten klickt gerade einer auf der Landebahn zum Start fahren. Und der würde jetzt in die Richtung, wo wir gerade ein paar Fliegen abheben, wie es aussieht. Siehst du das? Okay. Also links hinten ist die 26, und hier vorne ist die 8. Jo. Okay, also müssen wir von der Seite. Genau, hier ist die 8. Ah. Also kann man es von beiden Seiten anfliegen, je nachdem, wo man kommt bestimmt. Genau, aber wir müssen jetzt bei der 8 landen, ne? Ne? Hat er uns gesagt. Gut, wir haben gerade eine Freigabe bekommen für die Landung. Okay, dann machen wir hier die Kurve. Ja stimmt, in der Höhe hätten wir echt nicht landen können, weil wir auch viel zu schnell waren. Eigentlich ist es ein gutes Flugzeug, oder? Ja, das ist auch schön. Ah, guck mal da vor uns. Das ist der, der gestartet ist, oder? Ja. So. Okay. Okay. Wenn es schöne Lande klappen, oder wenn es der Brü? Hm, ich habe schon mal 15 Grad. Ich mache gleich noch auf 30. Ah, wir sind ganz schön schnell, ne? Mal gucken. Ganz runter. Ganze verkehrt sieht es ja gar nicht aus. Bis jetzt sieht es gut aus da. Ich habe immer Angst. Ich habe an, dass wenn man es falsch macht, dass es ausgeht, das Spiel. Oh, ruhig, 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 ruhig. Ja, okay, ein bisschen. Ein bisschen hilfreich aus, sonst ging es doch. Cool, schaut mal, wir sind gelandet in Innsbruck. Landung mit stehendem Triebwerk haben wir auf freigeschalten, Errungenschaft. War unser Triebwerk nicht mehr an, oder wie? War komisch. Hast du mich gerade erschreckt? Ja, ich habe gar nicht mit gerechnet, dass der da jetzt so ankam. Gut, der hat ja auch gesagt, Piste will möglichst verlassen. Oh, das war cool, ne, ihr Lieben? Da habe ich mich jetzt erschreckt, echt. Krass. Cool, wir schauen noch mal von draußen. Ja, machen wir gleich. Sekunde, bitte. Oh, ist das cool. Oh, schaut mal, schön. Echt schön, ne? Kannst du dir noch ein Screening machen für ein Thumbnail? Ja. Wir haben doch ein Thumbnail. Ach so. So, ihr Lieben. Gut, dann hoffen wir mal, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüssi. 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 Tschüssi.